So, 46. Verbrate ich hier erstmal. Jetzt wird sie wieder dunkel. Wo sind die Fackeln? Äh, da waren sie doch. Gleich mal was setzen. Zack, 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 so, das war, ach ne, hier sind noch 24. So, das wars dann aber gleich. Mhm. Ja, das wars. So, dann muss ich mal gucken, baue ich hier die Dinger ab. Zack, zack. Warum auch immer ich das gerade mache, keine Ahnung. Äh. Und dann ist die Frage, was ich jetzt mache. Ich müsste eigentlich nochmal in die Höhle, weil ich wie gesagt gerne die Diamanten hätte. Okay. Ich glaube, ich gehe da auch gleich nochmal rein, bzw. ich mache jetzt gleich Schluss, weil ich bald zur Arbeit muss. Und gehe dann, mache dann heute Abend nochmal eine Aufnahme und gehe in die Höhle, um Diamanten zu finden. So, hier nicht vergessen, gleich neue zu pflanzen. Da. Da. Am besten dahin, wo ich sie weggefällt habe. Dann hier nochmal ein Baum, direkt vor die Treppe. Ähm. Höchstens war das Zeug noch weg. So, das Dach sieht jetzt auch zumindest schon mal besser aus. Auch wenn es noch nicht wirklich perfekt ist, aber naja, es sieht besser aus und damit gebe ich mich zufrieden. So, zack. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, Entschuldigung. Da unten hatte ich jetzt vergessen, dieses Link hinzusetzen. Äh, zack. So, das, 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 das. Mhm. So. Dann machen wir da nochmal. Das war das auch so. Und, äh, Setzlinge. Da. Da. Zack. Irgendwie will mein Charakter nicht sprinten. Jetzt mach das. So. Und es wird schon wieder dunkel und meine Maus spackt schon wieder rum. Aber dann würde ich mal sagen, mach ich mir jetzt noch schnell die Trittplatte. Obwohl, ich kann hier auch nochmal den Stone verbraten. Äh, ich spiele jetzt einfach noch ein bisschen. Ich wollte jetzt eigentlich Feierabend machen, aber... das Gold auf jeden Fall weg. Das alles in kann da drüben mit hin. Ähm, Gravel weg. Dirt weg. Die. Ja, packe ich die Pilze auch mal weg. Strings. Hm. Das. Da hab ich nix von. Mir fällt sowieso grad auf, ich hab gar kein Fleisch mehr. Weder Schweinefleisch noch Rindfleisch. Und auch kein Hühnchen. Äh, ich wollte da hin. Eine Pleasure Plate. So. Die baue ich jetzt da hin. Wenn ich jetzt rausgehe, gehe ich... Was ist denn das? Wenn ich rausgehe, genau, geht die Tür hinter mir zu. Wenn ich reingehe, geht die Tür auch hinter mir zu. Ja. So ist Fein. Und nein, das hab ich nicht von Grund geklaut. Das machen auch andere. Und Grund war nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist. So. Zack, zack, zack. Da, da, da. Machen wir hier nochmal weiter. Fackel wieder drauf. Damit's nicht zu dunkel ist. Weil die Monster ja auch im hellen Keller spawnen. Keine Ahnung warum. Oh, hier ist es ein bisschen dunkel. Da muss ich ne Fackel setzen. Scheiß Spiel. Ja, die Wände muss ich dann auch alle mit Stone noch auskleiden. Da wo Dreck ist. Das ist ne Heidenarbeit, die da noch auf uns wartet. Dann geht's wieder los, die ganzen Items in die Kisten zu sortieren. Auch Mist. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, was mein Miningware macht. Und ich hab schon wieder vergessen, dass ich was essen muss. Zwischendurch. Brot. Hatte ich nicht mehr. Drillen wir uns schnell das Fleisch. Ah, halt ich hatte doch noch das Zeug. Genau daraus mache ich mir Brot. Zack. 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 Und einen da oben wieder rein. Und dann muss ich mir irgendwann nochmal ein bisschen Fleisch jagen. So. Da oben ist jetzt ein Creeper. Der ist mir aber relativ egal, denke ich mal. Hoffe ich mal. So. So. Wie war das mit Fleisch jagen? So. Dann dich nochmal eben. Äh. Hoch da. So. Äh. So. Da. Jetzt muss ich mal gucken, ob der genug Kohle hatte. wenn ich da jetzt noch Kohle rein tue, ob der Miningwell dann weiter arbeitet. Nee. Also drei Kohle reichen. Hat er hier was tolles abgebaut? Hat er natürlich nicht. Schade eigentlich. Glück gehabt, ich habe noch gekriegt. Und dann können wir den Miningwell mal da hinstellen. den daneben. Bauen das dann mit Cuddlestown zu. Den ich natürlich nicht habe. Äh. Toll. Zubauen. Und hier. Da habe ich jetzt noch eine Kohle. muss ich mir gleich noch was holen. Die Redstone Fackel wieder dran. Ach. Und äh. Das Rohr. So. Cool ist drin. Anmachen. Weißt du was? Ich hole mir keine Kohle. Ich nehme mir einfach da zwei raus. Denn wir haben ja gerade gesehen drei Kohle reichen. Und hier. Und hier. Der baut da auch wieder munter ab. zack. Stone. Ja. Tun wir da nochmal ein Stack rein. Äh. Du. Dahin. Verlege ich ein bisschen Stone hier noch und dann mache ich wirklich Feierabend. so. Zack. Und den. So. Dann stelle ich mich hier in die Ecke. Ich sage wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.